Moin meine lieben Stachel, willkommen zu einer neuen Reaction. Wir gehen heute mal wieder bei DaVinci Talks rein. Eigentlich ist der Junge mir ein bisschen zu langsam. Ich bin ja schon recht ruhig, ne? Aber der ist ja nochmal ein Schritt. Aber er hat gerade wieder so geile Infos, hoffe ich, laut der Beschreibung oder des Titels. Und zwar Aline Bachmann hat jetzt Familie Ritter als Vorbild. Und ja, für die, die nicht wissen, wer Familie Ritter ist, der hat sehr viele Dokus verpasst über eine sehr rechtsradikale, assige, menschenverachtende Familie verpasst. Und das muss ich mir jetzt trotzdem geben. Deswegen gehen wir jetzt bei DaVinci Talks einmal rein und gucken mal, was da denn so los ist. Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblog bei der Welt und auch herzlich Willkommen zu täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es mal wieder um unsere beste Freundin Aline Bachmann und die neuesten Ereignisse. Rund um auch Familie Ritter, von denen man ja lange nichts mehr gehört hat. Da wartet man ja schon sehnsüchtig auf die neuesten Stern-TV und Spiegel-TV-Dokumentationen. Ja, aber es kam jetzt über alle nichts und von daher denke ich, ist das für euch vielleicht hier auch ganz interessant. Ansonsten würde ich mich auch wieder sehr freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst, wenn ihr noch nicht ein Abo dagelassen habt und vielleicht schon dutzende Videos von mir gesehen habt und sagt, Mensch, eigentlich gucke ich den noch ganz gerne, dann wäre es sehr cool. Und ansonsten haut auch wieder auf den Like-Button, das hat wirklich enorm geholfen die letzten Wochen, dass die Videos noch besser ausgespielt werden. Also wäre sehr, sehr cool. Ansonsten geht es jetzt auch schon zur Sache und ich war wirklich verwundert, als ihr mir das dann auch wieder gesagt habt. Mensch, da war schon wieder am Livestream so einiges am Argen, denn die Bachmann scheint riesiger Familie Ritter-Fan zu sein. Eieieiei. Scheint? Okay, ich würde gerne Videoausstelle sehen. Das interessiert mich sehr. Beziehungsweise gibt es auch offen jetzt in einem Livestream zu, wo man auch sagen kann, okay, man kann das ja vielleicht auch mal als Meme lustig finden, ja, oder auch sich so eine Doku im Stream mal anschauen, habe ich auch schon gemacht, ja, und mit euch darüber philosophiert. Aber im Grunde genommen ist das ja wirklich ein Fall, den man sich nicht zum Vorbild nehmen soll. Nee, 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 bei weitem nicht. Also das ist etwas, wo man sich sagen müsste, okay, das möchte ich 200% nicht werden. Ich gehe 500% in die andere Richtung. Das ist aber ihr vollkommen egal, ja, und so hat sie sich auch geäußert, ja, und warum das so ein bisschen kritisch ist, werde ich euch natürlich auch noch erklären, aber schaut erst mal selbst. Oh Gott, Jasmin Ritter ist bei mir im Stream. Das tut mir so leid mit der Karin, ich habe, ich liebe euch wirklich. Du darfst nicht reden! Schweigetag, du bist jetzt still. Jasmin Ritter ist bei mir im Stream. Das ist ein absoluter Sohn. Ich dich auch. Oh Jasmin, ich hoffe, dir geht es gut und deiner Familie und allen. Ich habe alle Dokumentationen von euch gesehen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Leute, 60 Punkte, bitte los! Der hat... Ihr Humor ist auch echt cringe irgendwie, ne? Ich kann das gerade nicht raussehen, ob sie was ernst meint oder nicht irgendwie. Ganz schlimm. Und wer ist der andere Typ? Du hast es schon geschafft, Leute. Los, 60 Punkte! Lasst mich gewinnen, da soll sich heute Lippen machen. Los, Leute, los, Leute! Na klar, mir geht's super. Oh, Schweigefuchs, Gesicht malen. Jasmin, ich check dich dann ab. Ich folge dir bitte, folge mir auch, da können wir mal schreien. 40 Punkte noch, 40 Punkte noch, hallo, 40 Punkte! Keine 40 Punkte, sei leise, Schweigefuchs! Ich denke, die meisten von euch kennen Familie Ritter bereits. Entweder von Videos auf YouTube oder halt auch durch RTL. Das geht ja schon seit den 90ern so, dass die immer mal wieder Thema sind. Und dort ist es auf der einen Seite sehr tragisch, wie sehr die Kinder dort unter diesen primitiven Verhältnissen groß werden mussten. Und wo man auch sagen muss, Mensch, bitter, weil auch die Kinder zum Teil, als sie dann im Heim waren oder bei Pflegefamilien untergebracht waren, dann auch eigentlich ganz gute Tendenzen aufgezeigt haben. Gerade auch Norman Ritter und Co., da habe ich auch mal ein Video auf dem DaVinci-Kanal gemacht, wenn euch das interessiert. Da war wirklich auch Potenzial vorhanden. Und die Lehrer haben auch gesagt, Mensch, gerade in der Phase, wo der mal da rausgenommen wurde, hat der sich enorm gut weiterentwickelt, wurde in der Schule besser. Und da sieht man halt einfach, was so eine Umgebung und eine schlechte... Ja, was das schlechte Umfeld so machen kann, gerade wenn es die Familie ist. Ganz, ganz schlimm. Ich habe mich ja nun mal auch in jungen Jahren, ich sage mal so kurz vor der Pubertät irgendwann, habe ich angefangen, viele Sachen zu hinterfragen, die ich von meinem Erzeuger so mitgekriegt habe, der leider auch in diese rechtsradikale Richtung ging, extremer Alkoholiker. Kein guter Umgang mit Frauen. Also, ich kann leider nicht explizit sagen, ob da Gewalt stattgefunden hat. Auf jeden Fall, also physische Gewalt. Aber Gewalt gegen Frauen, von wegen, ihr wisst, auch Worte tun weh. Ganz, ganz schlimm. Also, selbst meine Mutter wurde oft betrogen. Seine weiteren Frauen danach hat er eigentlich laufend beschissen, als, ja, vorgeschimpft und Schlimmeres geht halt gar nicht. Und da muss man aber auch wirklich irgendwann selbst so sein, dass man sagt, okay, ich will das nicht, ich mag das nicht, irgendwie, ich muss mal hinterfragen, ist das hier richtig, was mein Vater mir so beibringt? Was in dem Alter, in dem ich war, natürlich schon echt krass war, dass ich das da schon gemerkt habe. Ich meine, ich habe es gemerkt, aber so richtig war es erst so in der Pubertät, nach der Pubertät, dass ich erst richtig geschnallt habe, wie schlimm das überhaupt ist und dass auch meine Meinung dadurch, meine rechte Meinung, die sich gebildet hatte damals durch meinen Erzeuger, einfach völlig schlimm ist und einfach scheiße ist und habe mich davon dann halt abgewandt. Und das schafft halt nicht jeder, leider sogar wenige, glaube ich, die das so schaffen und sagen, ey, nee, ich will das nicht, ich will keine Ausländer hassen, ich will, ich will Gutes tun und ich will vor allen Dingen meine Frau nicht behandeln, als wäre sie der letzte Dreck. So, ne? Also das ist schon, ist schon krass. Also was da in der, in der Familie Ritter da so abgeht, das ist schon echt krass und ich glaube auch die Ritter da, jetzt weiß ich, Jasmin, ich weiß, jetzt weiß ich gerade den Vornamen schon wieder nicht, die eben da in dem Chat war, die hatte auch mal so einen Moment, wo sie sich von der Familie abgekapselt hat, aber auch, glaube ich, wieder zurückgegangen ist. Ich habe nicht alles mitgekriegt von denen, deswegen weiß ich das jetzt nicht hundertprozentig, da dürft ihr mich gerne aufklären oder vielleicht klärt das Video gleich noch auf, werden wir sehen. ...elternschaft aus allem machen kann, ja, die Mutter war natürlich auch total überfordert, ähm, die Karin Ritter, die ist ja jetzt auch verstorben bereits und, ähm, seitdem hat man jetzt rund um die Familie auch nicht mehr so viel gehört, klar, sie wurde bei YouTube mehr oder weniger zum Meme, es gab dutzende Leute, ähm, die haben ja auch schon fast ein Businessmodell draus gemacht und haben die dann besucht und, äh, ja, lustige Videos gemacht, aber im Prinzip war das natürlich absolut grenzwertig, was dort die Familie in den letzten Jahrzehnten, äh, alleine an Straftaten zusammengesammelt hat und dann welche Tendenzen, die auch aufgezeigt haben, ja, was, äh, in die rechte Gesinnung geht, ja, wo es dann wirklich auch, äh, heftig war, ja, was in den Videos da zum Teil gesagt wurde und auch, ja, äh, was da getan wurde, da kann man sich nur von distanzieren und das dann als, äh, äh, Vorbild zu nehmen, ist ja dann auch schon, äh, ziemlich heftig und das würde auch einiges über Alin Bachmann, äh, verraten, ne? Also, das würde uns jetzt eigentlich ziemlich deutlich aufzeigen, was ihr Plan ist. Na, er hat's gerade erwähnt, ne, wenn sich die Kinder, die Eltern als Vorbild nehmen, was ja im Endeffekt eigentlich recht normal ist, es sind ja nun mal die erwachsenen Personen, die einen am, Nächsten stehen, halt von klein auf an bis ins erwachsene Alter, ähm, natürlich entwickelt man sich irgendwann auch alleine, aber so gewisse, äh, Grunddinger nimmt man ja mit. Äh, manchmal ist es, äh, ein Hobby wie Fußball oder so. Wenn der, wenn der Vater viel Fußball spielt und als Beispiel zum HSV geht, dann macht der Sohn das wahrscheinlich irgendwann auch, weil er das, weil der Vater ihn immer mitgenommen hat und das cool fand und so. oder wer auf Wikinger steht oder so, weißt du, da hängt sich dann halt irgendwie eine Wikingerachse und lässt sich so ein Bart wachsen oder so, der, der geflochten wird. Also so eine Dinger, die man dann vielleicht auch so ein bisschen mitnimmt oder, ähm, die die nordische Mythologie halt ähnlich feiert wie sein Vater, was weiß ich, dann, dann nimmt man ja so einiges mit. Genauso natürlich auch eine, eine, eine extrem rechtsradikale Gesinnung. Was halt echt schlimm ist, also ich hab, in, in, Jugend war es ja nicht eher vor pubertärer Jugend halt auch schreckliche Dinge gesagt dadurch, weil mein Erzeuger, wie gesagt, ich hab seit Jahren keinen Kontakt mehr zu dem, äh, mich da so hinerzogen hat, so ein bisschen, ne? Und das muss man erst mal selbst irgendwann hinterfragen und sagen, nee, danke, nein. Ist, ja, in welche Richtung es gehen soll, ja, Hauptsache in den Medien irgendwie stattfinden und wenn man jetzt auch so die letzten eineinhalb Jahre sich mal zurück in sind und, ähm, da hab ich ja dann auch wirklich angefangen mit den Videos über die Bachmann, ich mach das ja auch gar nicht von Anfang an, ja, vorher war er Wendler und andere Themen auf diesem Kanal. Der Wendler, sehr geil, ich war letztens irgendwie in den Kommentaren, weil der gute Dr. Schmerzer, der sehr viel über mir kommentiert, ähm, mir gesagt hat, ey, du hast meine Kommentare gar nicht beantwortet und ich, da war doch einer, ne? Ich hab mindestens drei geschrieben und dann hab ich die gesucht und dann findet man bei YouTube, wenn man so in die Kommentare reingeht, da unter seinem Dashboard auch, ähm, ausgeblendete Kommentare und da dann auch nochmal extreme Kommentare, die gar auch da erstmal nicht angezeigt werden, erst wenn man draufklickt und da hatte ich dann auch gesehen, dass ich hatte ja auch vor zwei, drei Wochen irgendwie ein Wendler-Video hochgeladen oder vier, ich weiß nicht, da hat mir auch einer drunter geschrieben, ich soll die F*** halten. Und ich dachte mir, okay, da haben wir wohl einen, ähm, Aluhutträger gefunden, der den Schwachsinn vom Wendler wahrscheinlich glaubt, ne? Muss sich so ein bisschen schmunzeln. Ähm, die Bachmann kam ja dann erst dazu und da muss man ja wirklich auch sagen, ähm, wenn man sich die Zeit mal anschaut, merkt man ja auch, dass sie da wirklich, äh, so ein bisschen den Konkurrenz macht, weil die haben es auch ganz gut verstanden, in diesen Dokumentationen immer wieder negativ aufzufallen und dann halt auch drumherum so viel Blödsinn zu bauen, dass natürlich auch sich RTL oder auch die Bild und Co, ähm, immer wieder, äh, die Hände gerieben hat, um neue Dokumentationen oder Artikel oder Beiträge über die zu machen, ne? Im Endeffekt, haben dadurch natürlich auch immens Aufmerksamkeit gekriegt und wahrscheinlich auch dadurch, so blöd es klingt, irgendwie Anhänger und Fans gewonnen, die wahrscheinlich genauso kritische Meinungen haben wie die. im Endeffekt, äh, ist es dann immer wieder auch spannend, ja, für die Zuschauer und man merkt auch bei der Familie Ritter, wenn man ein Video über die macht, dass da enorm viele Leute auch, äh, interessiert dran sind und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich auf dem Da Vinci-Kanal nochmal irgendwie gucke, was jetzt aus denen geworden ist, weil man jetzt wirklich ein halbes, dreivierteliges Jahr bestimmt nichts mehr gehört hatte, ähm, auf RTL und Co. äh, und das ja doch dann immer auch interessant ist, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie schwierig, ja, wenn man dann solche Äußerungen tätigt, wenn man überlegt, was diese Familie bekannt gemacht hat, ja, welcher Umgang, ähm, welche Taten, die dort auch so gemacht haben, ich erinnere auch nur an, den einen, äh, Zoo-Einbruch, wo da, ja, auch Tiere, äh, zu Schaden kamen, beziehungsweise, ähm, damit auch gespielt wurde, äh, da theoretisch, äh, Tiere zu gefährden, also sind ja alles Sachen, die wurden ja schon bestraft, aber wo man auch sagen muss, meine Güte, ähm, wäre vielleicht nochmal für ein gesondertes Video interessant auf dem Da Vinci-Kanal, aber, äh, soll jetzt hier nicht großartig Thema sein, ich fand vielleicht nur heftig, wie, wie die Aline Bachmann, äh, dort in diesem Video-Ausschnitt, also im Live-Team, das du so rauspossalst, und, um, im Prinzip gar nicht merkt, dass sie sich da anscheinend wirklich, ähm, ganz merkwürdige Vorbilder ausgesucht hat, ne, also man kann es ja irgendwie lustig finden, man kann es ja auch verfolgen, man kann sich dafür interessieren, ja, ähm, sind dutzende Memes in der Ja, ich weiß nicht, ob man, ob man das unbedingt lustig finden sollte, natürlich kleine, kurze Memes kann man irgendwie lustig behandeln, aber das ganze Grundthema ist halt nicht lustig, ne, also die, die Ritters ist kein lustiges Thema, so, es wird natürlich immer versucht, in den Reportagen so ein bisschen auch ins, also die Familie ins Lächerliche zu ziehen, klar, aber im Endeffekt ist das nicht so lustig eigentlich, aber gut, vielleicht bin ich da jetzt auch, weil ich da vorbelastet bin, irgendwie, gehe ich da vielleicht auch anders ran und nehme die Sache vielleicht ein bisschen ernster, kann sein, weiß ich jetzt nicht, man merkt es jetzt auch gerade an meiner Stimmung irgendwie durch ein bisschen Real Talk eben, da kommt natürlich viel aus der Kindheit wieder hoch, ich bin gerade so ein bisschen, so ein kleiner Hänger, würde ich sagen jetzt, ne, in der Zeit entstanden, die viele YouTuber auch in Videos gepackt haben, ne, raus mit die Viecher und Co., wer kennt es nicht, ja, und da hat jeder auch schon mal, glaube ich, drüber geschmunzelt oder gelacht, aber im Endeffekt ist das ja wirklich ganz grob und krank und eigentlich zu verachten und das sollte man in so einem Video hier auch nochmal grundsätzlich kritisieren, wie ich finde, weil, wenn das jetzt in so eine Richtung jetzt auch geht, dass sie da vielleicht auch mit denen dann noch gemeinsame Sache macht, was ich mir durchaus vorstellen könnte, dass sie vielleicht auch sagt, okay, sie fährt dann nach Köthen und Schild mit denen, würde auch super Klicks bringen, ich hätte die nächsten Monate hier massig an Videos und Memes zusammengesammelt für meine Kanäle, aber das würde ich ihr natürlich dann nicht empfehlen, weil das wäre natürlich dann noch der nächste Abstieg, ja, und was will sie noch machen, also die Sache mit Aicha, dem Lukas, viele andere Leute, die dort geschädigt wurden, jetzt wurde da auch in ihrer Story wieder was geteilt, was ich auch im Auge behalte, das habt ihr mir auch schon zugeschickt, da wurde auch ein Mann im Rollstuhl geteilt und, dass man dem quasi helfen soll und ich hoffe nicht, dass da wieder die nächste Spendenaktion vor Weihnachten geplant ist, die wir haben wird, ja, wäre sehr, sehr bitter, denn mir kommt es fast schon so vor, als wäre da so eine Überlegung hintermensch, ich suche mir wirklich die Schwächsten der Schwachen raus und versuche damit und wie mein Image reinzuwaschen und verarsche die dann im Nachhinein, ne? Oh, wollen wir nicht hoffen, ey, das ist, oh, Mann, das wäre so ätzend von ihr. Und wie ist da so ein bisschen das schon rauszuspüren, dass da so ein Schemata sich immer wieder wiederholt und so ein Kreislauf stattfindet, immer wieder, wenn das erste oder das letzte erledigt ist, kommt wieder das nächste und das ist definitiv nicht in Ordnung und nicht cool. Das soll es dann für heute aber auch schon gewesen sein, wie gesagt, ich dachte, ich bringe euch das jetzt erstmal als kleines Update, als kleinen Happen für zwischendurch zur Mittagszeit, da warten ja viele auch schon drauf, ja, es freut mich auch, die Kommentare zu lesen, dass ihr... Ja, kleine Happen zwischendurch, ey. Ich wusste, wenn ich das jetzt mitnehme, allein schon, weil ich Familie Ritter gelesen habe, dass da vielleicht mal was von früher hochkommt, aus meiner Kindheit, aber ich dachte, ich nehme das trotzdem mit, weil ich finde, ja, ist auch irgendwie würdig darüber mal irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass die Aldo jetzt anscheinend richtig abdreht. Also, hundertprozentig wissen wir das noch nicht, das war jetzt alles sehr albern da in ihrem, äh, Livestream-Gedönster, äh, gut, die, ja, wie sagt man so schön, äh, die hat auch nicht mehr Grips als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe, ja, und ich will jetzt auch gar nicht mehr viel sagen, bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns, äh, im nächsten Video, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr, Daumen nach oben, wenn ihr neu seid, ein Abo, bis denne. dann sehen wir uns, Vielen Dank.